Im September BePride in Hamburg, eine wichtige Veranstaltung, wo eine Gruppe, deren Größe man kaum überschätzen kann, sichtbar zu machen, ins Gespräch zu bringen und aufzuklären, damit auch Menschen, die jenseits von cool, lesbisch, trans, inter, eben bisexuell sind, eine Stimme zu verleihen und mit einer fröhlichen Parade des Selbstbewusstseins öffentlich Stellung beziehen zu lassen. Viel Erfolg dabei!